Für mich gibt es zwei Fehler, die ein Mensch machen kann auf dem Weg zur eigenen Wahrheit. Erstens, ihn nicht antreten und zweitens ihn nicht zu Ende gehen. Was wir im Moment erleben, ist beides. Da sind die einen, die den Weg gar nicht erst antreten, weil sie auf das vertrauen, was andere für sie entschieden haben. Weil sie auf das vertrauen, was ihnen vorgegeben wird. Oder manchmal auch einfach, weil sie zu träge sind und lieber in ihrer Komfortzone bleiben möchten. Und dann sind da glaube ich jede Menge Menschen da draußen, die einfach irgendwann das Gefühl haben, ich habe nicht mehr die Kraft. Ich kann einfach nicht mehr. Ich kann diesen Druck, den ich gerade durch die Familie oder gesellschaftlich oder auf der Arbeit oder sonst wo erfahre, ich kann ihm einfach nicht mehr standhalten. Und dann entscheidet man sich für einen Weg, den man eigentlich gar nicht gehen möchte. Und ich habe etwas anderes zu sagen, als das, was man gerade permanent in den Medien hört, was Politiker erzählen. Sucht euch, findet euch und unterstützt euch gegenseitig darin, euch und eurem Weg treu zu bleiben.